Ich mache das eigentlich alles nur für Nina, weil ich muss wissen, Nina sammelt Outtakes. Und das ist eine ganz wichtige Belustigung, wenn Nina am Ende des Jahres sagen kann, dann guck mal, ich habe fünf Stunden Outtakes. Noch mehr. Und meine Idee sagt gerade, ich soll noch weiterreden, also ich soll noch weiterreden, nicht Entschluss oder Quatsch erzählen, was mir grundsätzlich gar nicht so schwerfällt. Also ich könnte Ihnen zum Beispiel von der legendären Fahrt nach Hamburg erzählen, in der es sehr viel geredet hat. Und ein schmollender Sebastian Haber. Es ist so schlimm, dass Sie das nicht sehen können. Dann lassen Sie uns mal zu anderen Themen wechseln. Also falls jemand jemals gedacht hat, Fernsehen wäre genau der Wunsch für ihn, dann muss ich ganz klar sagen, wir nehmen diesen Take gerade zum 204. Mal auf, jetzt sind die drei Jahre älter geworden. Und ich müsste mich wahrscheinlich auch mal wieder rasieren, aber ansonsten macht das natürlich immer noch Spaß. Kein Ton, ey, ich filme schon hier. Diesen professionellen Umständen filmen. Meine Kreativität wird mir massiv beeinträchtigt. Durch verbale und nonverbale Tränen. Zeichen Handschlag und das ist dann für dich das Zeichen, das du anfangen kannst. Keine Idee mehr über meine Storyline, aber alles gut. Ja, wollen wir euch erzählen? Jetzt zeige ich Ihnen mal gerne, was ich... Schönen guten Tag zu meinem zweiten... Ich denke, neben der... Ich denke, neben der... La, 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 la... ...unterteilt man die... So, das würde ich einbauen. Alles klar. Oh, ich bin jetzt so wenig. Okay. Fertig? Ja, ne. Sicher? Eigentlich nicht, dass du dabei schon nach rechts musst. Ich muss nach rechts? Oder muss ich nach rechts? Ja, aber... Danke. Wenn ich nach rechts hole, muss ich nach links. Mein rechts. Dein rechts, also... Kannst du den Laptop auch noch ein Stück zerreden? Ich ziehe mal wieder die Tischkarte. Ja, die muss raus. So, okay. Was soll ich wohin? Den Laptop noch ein Stück zu dir. Man könnte passen, wir machen das extra. So? Ähm, noch ein Stückchen. Das sieht man nicht. Zu dir immer. Und dann jetzt noch ein Stück nach links, weil das sieht gerade einfach aus. Ich bin David. Am 12. und 13. Oktober einladen. Mein Name ist Horst Huber. Ich bin Geschäftsführer von Werke 2. In... Outtakes ist uns nochmal das Beste. Outtakes ist uns nochmal das Beste.